hey leute und willkommen zurück bei magna karta 2 so ja wir haben es endlich geschafft wir können endlich mal weiter machen und nicht mehr in tuto herumlungern und ja ich habe letztes mal noch eine nachricht bekommen er sieht das blinkel blinkel ich habe es nur aufgemacht um zu sehen wer das ist und machen wir mal auf und schauen das mal an es ist von malakia oder nein das ist besser gerade von gerua und es geht darum ja um malakia so an ru ich habe einige informationen bezüglich dieses malakias mannes über den wir geredet haben erst als er hat niederen rang ist in der südarmäe und sitzt momentan im gefängnis weil er der prinzessin zur flucht verhalf er wird im sentinel labor gefangen gehalten aber beiden die ruhe als ebene gebracht wenn du ihn retten es geht dort hin und beeil dich okay da müssen wir wohl ins ruhe als platon um ihn zu befreien so es lauern aber noch andere quests auf uns und zwar von jutschte ich muss mit meinem menschen ist dann ja ich glaube es ist ein knabe ich muss mit meinem menschen namens meister krasse sprechen wo kann ich ihn finden ach so er noch von meister jungen immer tüte wieder mal aus kursel kommt rein so alles klar muss ich dann noch der aufführer wechseln so so hier bin ich we met a human in navy blue marsh he said he was looking for master krasselle we were leading him to kota mare but master krasselle marith marith has come all this way but we were attacked by monsters on the way i was no match for them it was all i could do to get away what marith has been abducted i'll go help her right now what's with you you're gonna go by yourself hey how long have you been standing there long enough anyway i heard what happened i'll help too you're unbelievable well i guess you wouldn't listen if i tried to stop you but don't tell the princess i don't want to worry so you're gonna take on the creature i can take you to where the monster is okay let's hurry we're gonna save marith no matter what rith marith die vom monster entfernt wurde jetzt ist die frage ach du kacke nein das ist jetzt doof das ist jetzt echt ach so das ist das monster das ist ein doof finde ich jetzt das ist sechs und fünf warum mache ich kein damage ich mache kein damage moment warum mache ich kein damage da stimmt was nicht da stimmt irgendwas nicht was stimmt hier nicht was ich habe ich irgendwas ihr nehmt eine blitzbombe oh das macht schade aber ich mache kein ach so ich sehe eine kiste da hinten wo bin ich denn jetzt genau we should be able to do it using the exact same method is when zephy and i attack together got it just don't trip me up okay shooter nova feuerkling gemeister diese geheime koop technik kann er nutzen wenn er ach so zwei hand schwert das ist sehr gut und krusel braucht ein feuerwald ist auch sehr gut okay jetzt müssen wir hier irgendwie hinkriegen ach das geht mir zu lange so ich nehme ein feuerkahn kristall um ein bisschen schneller voranzukommen okay sehr schön jetzt muss ich noch in den overdrive kommen oh mach mal feuerzeug okay so ist das das sollte jetzt klappen jawoll so nova feuerklinge so schauen wir mal das an habe ich noch hier gesehen ich habe eigentlich schon gar nichts gesehen von den koop technik ich werde mal irgendwann mal einfach mal alle zeigen also ich versuche es mal alle zu zeigen und was für ein schwert hast du an weil wir haben ja jetzt schon recht viele also eine koop technik habe ich mal benutzt mit zephy und aber ich habe es glaube ich beschleunigt darum werde ich das auch noch mal zeigen okay sehr schön das macht schaden und das macht wirklich schaden jetzt aber fertig ja schon gedacht es gibt noch mehr schaden okay was hast du für ein schwert an das ist mir neu boah ist tot sind es ist doch hier irgendwo noch die kiste wieder offen wo bin ich denn jetzt sagen wir ach so ist da unten so wir haben marif schon gerettet das ging eigentlich recht gut von lebenspunkten her hat schon etwas verloren aber egal marif ritten yeah i guess thank you looks like we're a better team in battle than expected your big help for me too anyway i'm just happy it turned out okay mari thank you so much for saving me master crossel master judo still why did you come all this way anyway wait you heard the rumors about us right yes and i thought that these must be trying times for you master crossel so i wanted to offer whatever meager services i could to assist you wow you guys are amazing still maybe that talking could wait till after we get back to the village i don't wanna hang around here good point let's go back to cut ach kacke ich habe ein bisschen ein schwerer finger heute er ist nicht gut where did you two go off to i was worried sick because you left without saying a word yeah well something came up and it was nothing right yeah that's right it was nothing you worry too much princess hmm something is fishy here still if you say it was nothing fishy stimmt es stinkt noch fisch syphie argo selestine rue sind der gruppe wieder beigetreten boah sehr schön okay ich habe mir gedacht das könnte ein bisschen schwieriger werden aber nein oh jetzt ist sie hier kann ich mit ihr reden ich vertraue immer auf master crossel okay könnte es sein dass du irgendwas anderes sprichst wenn es krisel da ist mal schauen ich vertraue immer noch einen neeeh langweilig so ich wollte eigentlich nachdem wir aus chuto herausgekommen sind wollte ich eigentlich ein bisschen leveln so blöd gesagt ich wollte eigentlich kahnsteine äh sammeln äh habe mir aber dann gedacht das wäre vielleicht dementsprechend nicht allzu gut wenn ich das machen tue so weiter geht's die maare historischen records are all stored in the undersea tunnel there is a room there that can only be opened by the maare we did this to keep our documents safe but we've been through the undersea tunnel dozens of times and we've never noticed anything like that to enter the room you must open a hidden door the words engraved on strausses monuments are supposed to act as the key to open it i don't believe it will be very difficult not if you know your landsheim history take this token with you maare siegel erhalten yeah ok wir müssen so wie es aussieht hinter untersea schon tunnel wieder mal gehen um dort auf die suche nach einem verborgenen tür zu sein eine verborgene tür zu finden könnte schwierig werden ja so also wir machen uns auf den weg zum untersea schon tunnel wir sehen uns dann gleich wieder ok leute wir sind mit frauen power unterwegs haha und ich habe an selestin mal wieder einen maare bogen angezogen weil ja ich habe jetzt sehr viel wieder und ich will dementsprechend mit ihr eigentlich ein bisschen mit dem zepter rum albern und ne sie hat noch das schwert an warum hast du eigentlich noch das schwert an auf jeden fall habe ich mir die steine wieder mal ein bisschen gewechselt ich habe ähm bei ru hatte ich ja minus 2k einsetzungen drin gehabt die habe ich jetzt gewechselt die habe ich jetzt an äh ja immer noch an ru gegeben aber zwar auf einen shuriken wow 2000 erfahrerspunkte äh auf die shurikens gegeben weil die shurikens haben dementsprechend viel mehr attacken also skills auf der seite die sehr viel krank kosten da habe ich mir gedacht ja dann nehme ich das lieber mal dahin haha ok so so wie es aussieht und wenn man ich muss mal die kai-instellung anschauen als ziel angreifen einfach auch ziel angreifen als die skills verwenden priorität als zauber das ist gut so ok äh ich hoffe jetzt mal ich kann da irgendwie das zeug hier eins oh und wenn man ich kann hier mal wieder kann ich das mit dir machen den pushwung ja ihr seht ihr das braucht nicht allzu viel karn hier ähm ich will jetzt mal wieder ein bisschen karnkristall sammeln ähm ich werde das hier alles rausschneiden ich werde dann wieder einschneiden wenn keine gegner mehr hier sind bis gleich ok die gegner sind alle tot ich habe hier mal schnell gespeichert und bei diesem avis typen habe ich noch ein paar wiederbelebungskapseln gekauft weil ich ja dementsprechend keine mehr habe weil ich alle gebraucht habe so also irgendwo hier sollte doch ach so ich muss jetzt ich muss mich jetzt bis zu straß durchkämpfen um warum ist das ist die tue sowieso immer zu ich hätte gedacht die wären jetzt offen aber ok also ich muss mich jetzt noch bis zum straß äh äh grab hier durchkämpfen und mal schauen ob das überhaupt noch gut geht hohoho ok leute so ich habe jetzt äh diese brücke hier unten überquert äh mit dem kampf gegen diese zwei biester hier und wir stehen jetzt wieder kurz davor straß grab zu betreten aber ja es ist ja dementsprechend nicht das grab von straß selber äh ja so mal schauen ob wir da die verborgene türe finden ja Die 1.000 Jahre der Geschichte ist geschrieben auf diesen Monument zu Straß. Wenn du die Monument schlägst du den Token, werden sie aufgerüstet werden. Das bedeutet, dass wenn alle 5 dieser Monument aufgerüstet werden, die Gehe der Tür öffnen wird. Easy, nicht wahr? Warum hast du uns das vorhin gesagt? Ich wusste nicht vorher. Selbst in der Mare, nur ein paar wissen über diesen Ort. Der Chief erzählt Zeffi darüber, weil sie sie vertritt. Ich muss den Chief für ihre Füße bedanken. Okay, ich muss jetzt das Zeug hier mit der richtigen Reihenfolge ansprechen. Donnern, dann schien das Zeichen im Osten. Die Sonne ging auf und markierte den Anfang. Okay. Das ist das Gleiche. Osten. Achso, das ist vielleicht ein Rätsel. Äh, Osten, das wäre hier drüben. Dann wäre das der Erste. Ein neuer seefahrendes Volk aus dem fernen Osten. Oh, Kater. Schimmernder, seltsamer Juweler auf euren Körper. Möge eure Macht euer Untergang sein. Die Ankunft anderer Völker bedeuteten Krieg. Als die Sonne unterging, erschien der Unglückstern und die Welt versank in Dunkelheit. Okay. Äh, leuchtet da jetzt was auf? Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube nicht. Es glänzt so. Ah, doch, Moment mal. Es glänzt ein bisschen. Ja, das leuchtet auf. Okay, so. Wir haben leider irgendwie keinen Arnoldpunkt bekommen. Kann ich jetzt das nochmal lesen? Die Straße ist abgeregelt. Das Licht des Steinmonuments schwindet langsam. Ach so. Äh, doof. Okay, ähm. Gehen wir mal in die Mitte. Die Straße ist abgeregelt. Das Licht des Steinmonuments schwindet langsam. Okay, das war es nicht. Ah, das... Das ist doch vorbescheuert. Versank. Versank. Versenken. Könnte vielleicht ein Süden unten sein. Mal schauen. Die Straße... Nein. Okay, doch nicht. Also, wir haben jetzt die Mitte angeschaut. Jetzt gehen wir mal. Nach Norden. Immer nach Norden. Hö. So. Und die... Okay. Dann wird es auf der anderen Seite sein. Okay, sehr gut. Äh, die ersten... Das erste Zeug haben wir jetzt schon mal herausgefunden. Ja, ich sollte ja jetzt eigentlich hier sein. Ansonsten habe ich keinen Plan mehr. So, die Prophezeiung wurde Wirklichkeit. Die Gro... Der große Krieg begann. Die schrecklichen Kater beherrschten das Land, die Völker seien ihr Ende nahe. Schaut in die Finsternis und trotz der Verzweiflung, denn die reiche Seele leuchtet und der Südstern glänzende Dunkelheit. Süd! Südstern! Süden! Süden! Sehr schön. Ah! Ein Held wurde geboren. Sohn eines Kater und einer Menschenfrau. Er baute dann fliegende Festung und vertrieb die Kater aus dem Land. Fliegende Festung? Norden? Geht nach... Ah! Geht nun nach Norden, wo unser König ist. Jetzt setzt Fuß in die Königische Stadt, in der das wundersame Licht leuchtet. Okay. Dann gehen wir mal nach Norden. Ich hätte jetzt mal gedacht, das wären wegen dem fliegenden Teil, aber... Wunden eines ewigen Krieges. Eine Welt in Schutt und Asche und unter Verzweiflung begraben und die Lebenden verfallen den Reizen des Todes. Das wahre Licht liegt in den vier Monumenten, öffnet die Tore zum Stadtkern und spürt die Bedeutung der ewigen Geschichte. Okay. So, und jetzt noch Mitte und dann sollten wir eigentlich... Ah! Sieh! Der Licht strahlt da fest und bringt Fruchtbarkeit und Wohlstand über das ganze Land... Über das dunkle Land. Möge die Landsheim-Oase immer leuchten. Yeah! Rätsel gelöst! Boah, bin ich gut! Oh, jeh! Ich hab's doch richtig im Griff! Ich bin richtig stolz auf mich! Okay, aber der erste Kristall, also das erste Monument, war ein bisschen komisch, finde ich. Das habt ihr irgendwie gar nicht richtig verraten, um was es geht. Also, welcher... welches Monument das nächste ist. Hab ich das Gefühl, also... Ist das... Oh, Kissen... Oh! 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 So, das ist, wo die Mare schwarzen ihre Rekord. Kristall, eh? Ich denke, dass die Mare schwarzen ihre Rekord in diesen... Oh! Oh! Ja! Oh! 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 Und für diejenigen, die in besonders schweren Bereichen haben, die Kommen ist manchmal stärkert worden, durch die Laufs und Bedingungen. Ah, also das ist das, warum Shuenzite ist, um meine Kommen zu werden. Ich denke, dass du richtig bist. Außerdem, diese Subjekte haben ein sehr wichtiges Trait. Wie die Karte, sie nicht sterben, wenn sie ihre Kommen ist, um die Kommen zu werden. Insofern die Menschen, sie nicht sterben, wenn sie ihre Kommen verletzt werden, selbst wenn sie eine schreckliche Schmerzen haben. Hmm... Sie wissen, die Sentinels haben auch diesen Traum! Du bist richtig. Ich frage mich, ob die Sentinels auch etwas zu tun haben. Insofern, insofern die Karten, die, die mitgebracht sind, sind nicht möglich, die Kahn zu leben. In Bezug auf die Schmerzen, die großartige Kahn haben, die Kahn haben, sind relativ klein. Es wurde spekuliert, dass, wenn sie eine genültige Kahn haben, die Kahn zu erfüllen, wären sie sehr gefährlich. Was für Strasse? Er war perfekt, egal wie du siehst, richtig? Der nächste Rekord ist im Titel, »Ill Omens – The Doomseeds«. Ich versuche es dir zu dir. Bitte, Celestine. Die Doomseeds sind wirklich die Sorte der Katastrophe, die zerstören den Welt? Es ist wahr, dass, wenn die Doomseeds fallen, die Fische haben die Probleme zu spüren, und die Efficacität der Wälder oder der Kommens schlägt oder schlägt. However, es wurde durch die Studie entschieden, dass die Geschichte der Menschen schlägt und schlägt, wenn sie an die Seedfall sind, oder die Räume nicht gefunden haben. Schauen Sie sich kurz an die mögliche Phänomenein. Jeder, die mit der Geschichte kennenlernen sollte es sehen. Sie sollten erkennen, dass unsere Umwelt ist identisch zu dem, was vor der La Strada existierte. Wir, die heute hier leben, nur ein excesses von Bounty von La Strada. Keine Ahnung, das ist das? Die Seedfall ist eine Wälder von Natur, in Richtung der Profflagung der Humanität. Man könnte sagen, dass eine Egotistische benutze von Kahn. Im Moment, die Wälder von Agrikulturen ist weggefallen. Im Moment, die Wälder von Agrikulturen ist weggefallen. Aber es ist gesagt, dass, während der Great Card of War, die Humanität brauchte, um die Erde zu schlägt, um die Erde zu erhalten. In der Zeit, bevor die Lästräte der Lästräte, die Humanität war ein wenig mehr, als ein Kahn. Die Humanität, die vor dem, waren keine Kärte für die Kärte, die schlägt die Fläte zu schlägt. Die Daten zeigen sicherlich, dass die Räume in der Lästräte, alles vor dem, nach der Lästräte der Lästräte ist. Es ist fast, wie sie sagen, dass die Däumseedungen nicht so schlecht sind. Ich habe absolut keine Ahnung, was sie sagen. Also, ich denke, dass das alles vielleicht ein bisschen über deine Kopf ist. Hey, du hast mich gefühlt, nicht wahr? Jetzt, dass ich meine Erinnerung zurückkomme, kann ich auch mehr Facts haben. Es ist das Gleiche, wie es so war, oder? Niemand hat dich gefragt. Was ist das nächste? Das nächste ist... Wars... Curious Similarities. Ich frage mich, was die Similarities sind. Ich frage mich. Ich kann nicht ein Wort davon erzählen. Entschuldigung, Celestine, aber wir versuchen es zu erzählen. Okay, wir schauen. 800 Jahre der Frieden kamen zu Ende, als zwei Worte geschahen in Lanzheim. Der erste war der Obis-Ware, der Ende mit der Destruction von Obisburg, der Land des Obis. Der zweite war der Ruhalt-Civil War, der in Ruhalt wurde. Eine Person, die Totz, hat die Obisburg, benutzt eine Worte, der Dämon. Der Dämon. Tens von tausend von Obis verloren hat ihre Leben als Ergebnis. Die Handvolle von Obis-Ware verloren hat ihre Lande, und wurden zu leben, von dann zu leben, als eine Wanderung von Menschen. Nicht viel ist bekannt über die Totz-Person. Nicht wie oder wie er hat er die Worte, der Dämon. Die Geschichte war immer meine in einem starken Worte, aber ich habe gehört, dass die Ruhalt-Civil War hat die Obisburg gewohnt. Die Totz-Person hat die Obisburg gewohnt. Der Dämon hat die Obisburg gewohnt. Die Totz-Person hat die Obisburg dass die Dämonen und die Beziehung schrecklich die von der Guardian, die in der Zeit der Great Karter-Ware. Der Guardian? Celestine. Please keep reading. As for the man who started the war, Totz suddenly went into hiding one day. Hostilities completely stopped and the war came to a sudden and unexpected close. Then, 150 years after the end of the Obis war, war broke out again, this time in Ruhalt. This is known as the Ruhalt Civil War. This was a rebellion begun by a human aristocrat named Srotz, who was plotting to depose the royal family, which was eventually put down by the royal forces. This war also claimed tens of thousands of victims. However, Srotz, the ringleader who started the rebellion, disappeared and was never found. And it is said that Srotz used a monster weapon called the Shadow, that resembled the Guardian to carry out his atrocities. Totz and Srotz. Demon and Shadow? That's a strange similarity, all right? There aren't many accurate contemporary records of the war remaining, but they say that the battleground areas were scorched, and the Lonsheim royal forces troops sent there faced a hard fight. Plus, it seems that both of the ringleaders who caused these wars somehow managed to disappear. They have an awful lot in common with the war we're in now. It's strange. It almost sounds like there's been somebody like Shuenzait every 150 years or so. The monster weapons written of here might be the same type as the Sentinels. Aw, come on! Don't tell me that Totz and Srotz are Shuenzait's ancestors. It's strange, all right. It's more like they are Shuenzait himself. No way! Humans don't live that long! When I was assigned to protect obvious traitors some time ago, I asked the obvious folk about Tars. They said that Tars persistently targeted a young man who was risking his life to defend Obisberg. In the end the young man was captured but immediately afterwards there was a ceasefire and the Doomseed stopped falling. You're saying that the young man was a Magna Carta? Even the way that the seed fall completely stopped after the war ended is the same. It's likely that in each case he found the Magna Carta and sacrificed him. But... why was it necessary to start a war? The world would be saved if he simply sacrificed the Magna Carta, right? Shuenzait said something like I caused this war to force the Magna Carta to mature. but... there seems to be more to it than that. I concur. There must be a reason behind the other commonality that monster weapons were used. For now, let's go back to Kotamare. We need to digest all this information. There has to be some ulterior motive. Okay, so. So, I have the Steuern again. Very nice. I have many thoughts about what Celestine told us and I have a miracle from the table taken out of the table. No, quatsch. I have been on something and that... Yeah. Chuto said that 150 years there is a war and every time there is a sentence. I will not do much do much do much do much and do much talk about it. So. Chuto said that every 150 years there was so a war. And so, as it looks is also a sentence and the goal of the war was the same and the of the Magna Carta to stop the Doom Seeds also the Saat des Untergangs and so as it looks had this person also Tarz and Tras I think the two have it made it made it Saat des Untergangs could it be could it be that if the Magna Carta Opfer that the Saat des Untergangs for 150 Jahre to exist So, and as Chuto said that they like Shuanseed I thought they said that the Magna Carta could so long live as they want to be destroyed and I know that Shuanseed is a of the because he took the two yeah it could be that Shuanseed is but he said who did himself so now I thought okay these two people who were who were Shuanseed because it was I thought it was Shuanseed and he used the same Waffe used so I studied I thought it was Shuanseed and yeah Shuanseed is a very very böser knabe auf jeden fall schon sein er ist ja eine magna karta also kann er ja so alt werden wie er will man muss seine seinen kern zerstören im drin und was ich auch noch sehr schön finden am spiel ist wegen der la strada und der saad des untergangs es hat ja geheißen die saad des untergangs ist sozusagen wie eine mutter also dies eine mutter der natur die sagt leute ich schenke euch das kann und ihr missbraucht ist das geht so nicht darum kommt ab und zu dann der saad des untergangs wenn zu viel kann verwendet wurde um somit das kann einzudämmen was verwenden werde kann so ich schätze mal ich werde mich jetzt einfach noch mal zum letzten speicherpunkt begeben und werde dann eventuell offscreen noch nach kutamare laufen um nächstes mal weiter zu machen hier sollte man schnell schauen ich hoffe jetzt einfach mal dass beim rückweg nichts passiert von einer katzinäa oder so ansonsten wäre das ein bisschen doch aber ich hoffe es ist dass nichts mehr passiert so ich hoffe auch dass ich genügend zeit habe von der aufnahme ich habe sehr sehr viel rausgeschnitten auf jeden fall der ganze weg bis hierhin das ging ansonsten ein bisschen zu lange ja ein paar monster sind noch übrig geblieben ich konnte von denen nichts rausreißen könnte sein dass ich auch noch ein bisschen von kämpfen rein schneide mit musik und so keine ahnung wie ich das machen soll so leute ich danke fürs zuschauen und fürs kommentieren wir sehen uns beim nächsten mal wieder ciao 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 ciao